Wenn ich abends, spätabends nach Hause komme, komme ich ins Wohnzimmer, setze mich zu meinem Mann und Brösel. Er setzt sich vor mir, er hört mir einfach zu. Ich erzähle ihm was, er hört mir zu. Er sitzt wirklich gegenüber und er versteht jedes Wort. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, um dieses Buch mystische Wesen zu nennen. Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe mir dann Facebook vorgenommen, habe einfach in Facebook mal einen Aufruf gestattet, wollte 50 Hunderhalter, die bei dem Projekt mitmachen. Diese 50 waren innerhalb von zwei Tagen erfüllt, es haben sich 80 Leute gemeldet. Wir haben das Ganze aufgestockt auf 100, hat auch nicht gereicht. Am Schluss sind jetzt 200 Hunderhalter mit in dieses Buch gekommen. Das heißt, ich wusste 200 Fotoshootings in dem Jahr 2015 machen. Ja, ist super. Oh, das schaut doch nicht aus. Ach Gott, ist das gerade geworden. Wir haben uns viel mehr gegeben. Und alle, die drin sind, haben gut mitgespielt. Und mir war es einfach wichtig, dass man wirklich sehr, sehr viele verschiedene Rassen, aber nicht nur die Rassen, sondern auch die Mixer in diesem Buch findet. Musik 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 Musik